Geist. Doktor. Glauben Sie, es gibt Geister? Ich glaube, ich hab einen gesehen. Hier. In die Klasse! Wird bald! Was ist dein Geist? Wer seufzt? Ein schreckliches Ereignis, das dazu verdammt ist, immer und immer wieder stattzufinden. Es sind noch 10 Barren übrig. Sie haben keine Eltern. Und auch sonst keinen. Sie haben so einen Hunger, sie verschlingen das Essen förmlich. Liebst du da unten? Etwas Totes, das für einen Moment zum Leben zu erwachen scheint. Ein Körnchen Kraft. Ein Körnchen Kraft. Ein Gefühl, das in der Zeit erstacht ist. Und wo ist der Geist jetzt? Erst seit der Bombe hier. Wie ein in Bernstein gefangenes Insekt. Ihr glaubt immer noch, dass es eine Zeit danach geben wird. Es gibt kein Danachkamen, es gibt keins! Was ist das? Wie ein in Bernstein? Und wie ist das?